Einen Wunderschön, da bin ich mal wieder euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Vorhang Boxing. Ich habe was gekriegt. Mal auspacken. Ich warte nämlich auf zwei, drei Sachen. Ich weiß jetzt nicht, was jetzt hier drin ist. Ihr könnt es natürlich an der Videobeschreibung schon sehen, was drin ist, ich noch nicht. Ah, es ist der Full HD 16 zu 9 720p, Full HD 16 zu 9 Support 1080p Beamer. Ein LED Beamer ist das. Den werde ich gleich auch komplett auspacken mit euch. Hier steht auch Made in China. Ja, dass man halt aufpassen soll. Hier so weiter am Karton außen steht jetzt nichts. Ach, ich habe ihn in weiß. Es gibt ihn in weiß, in black, in other. Also keine Ahnung. 1,5 Kilo. Packung ist 300 x 107 x 190. Also da könnt ihr sehen, ich habe ihn in weiß. Ja, und hier steht dann auch nochmal das Gleiche, aber da ist eine Stein gekreuzt. Da mache ich gleich ein Unboxing zu. Da gucken wir uns den auch gleich mal an. Ich bin schon sehr spannend und sehr heiß darauf. Ich verabschiede mich erstmal. Ahoi, sagt euer Odin. Also das kommt in den nächsten Tagen, weil das klatschig so zwischendurch mal raus. Und das richtige Unboxing- und Hardware-Video, wo wir uns die Hardware angucken, das kommt in den nächsten Tagen. Ahoi, sagt euer Odin. decide zu machen, dass es kommt weg. Und dann braw ich einen Stüchtman Oscars fifth, Vielen Dank.